Hallo und willkommen zurück auf dem Caraba Salon in Düsseldorf. Wir befinden uns auf dem Stand von Frankia mit einer kleinen Ausgabe des vor kurzem gezeigten Yukon. Wir haben hier einen Yukon 6,0. Leider kommen wir noch nicht in dieses Fahrzeug. Also leider bloß einen äußerlichen Rundumblick. Wir befinden uns über einen Lauts estratégischen Rundhöhe. Mit einer kleinen Ausgabe des Vor Pengen und Abenteuer Ahmelschweig und Niene und Abenteuer. Auch stein mit einer kurzen Rundhöhe. Wir befinden uns über die Erkbehofer. Wir befinden uns über die Strecke auf den Abenteuer und Abenteuer. Wir befinden uns über die Erkbe手 und Abenteuer. Wir befinden uns über die Erkbeizung auf dem Brett hombre. Wir befinden uns über eine Korrekte-Bereise zu fliegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020